Hey, wir haben am Freitagabend, haben wir in dem Stadtcenter von Westfield geholfen, Körbchen zu packen, das heißt für Thanksgiving nächste Woche, da haben wir so Kisten genommen, da war dann eine Shoppingliste drin und da mussten wir dann so die Reihen lang gehen und die mit der Shoppingliste halt Essen in der Körbe packen, das ist dann für Familien, die sich kein Meal so für Thanksgiving leisten können und das ist so ein Donation-Things, wo man denen halt was spendet, da wird dann ganz viel gespendet und wir haben halt geholfen, dann diese Baskets zusammenzuwerten und es hat eine Menge Spaß gemacht, ich habe mal ein paar Videos davon gemacht und wollte euch mal zeigen, was wir da so gemacht haben für Familien, die eben nicht so viel haben. Vielen Dank.